Melanie, gibst du mir bitte die Zeitung? Geh oma, Zeitungen sind doch total laut. Heutzutage holt man sich alles aus dem Internet. Am besten du verwendest ein Tablet. Da findest du alles, was du suchst und das ganz aktuell. Das, was du in der Zeitung liest, ist doch Schnee von gestern. Da schau. Hat funktioniert. Die Fliege ärgert mich nicht mehr.